So Leute, aufgrund der kompetenten Leute, die diesen Start führen, haben wir noch einen weiteren Monat geschlossen. Ich denke, es ist nicht der letzte, weil die Kompetenz wird nicht besser. Ihr seht das an den Nachrichten. Richtig, das hoffte Jungs. Das machen wir jetzt. Neues Konzept. Wir nehmen uns jetzt quasi jede Woche mal so eine Muskelgruppe vor, die wir, oder Muskelgruppen vor, die wir speziell dran sanieren an der ganzen Oberland. Und fügen dann auch so als Erholung so eine Zwischenübung oder zwei Zwischenübungen ein, wo wir andere Muskelgruppen beleuchten. Die Woche, in den nächsten fünf Einheiten, geben wir Oberschenkel, geben wir das natürlich auch dabei und Rückenmuskulatur ist ja klar. Das heißt quasi so diese Aufstehenübung. Wir haben heute Kniebeuge und Planke. Das heißt, er macht Kniebeuge und denkt wieder dran, wie immer ganz wichtig, er ist dann auf der Erde und er versucht quasi so tief wie möglich runter zu gehen. Erst unten nicht laufe und halte so eine Grundspannung. Und dann versucht er mit dem Oberkörper so aufrecht wie möglich zu bleiben. Wenn er gerade wieder hochkommt, dann wird er den Chill aufrichtet. Dann immer ruhig gleichmäßig die ganze Geschichte. Und versucht gleich bald beim Heruntergehen hier Spannung und Gesäße und Oberklinke gleich mitzuhalten. Dann macht er so 20 plus Wiederholungen. Ich denke mal 20 schafft jeder von dieser 50. Und dann geht er direkt, das ist eure Pause von der Kniebeuge, in die Planke und haltet die schön. So 30 Sekunden lang. Nimmst du das nicht hoch rein. Wenn jemand 100 Kniebeugen gemacht hat und er braucht eine Minute Pause, dann kann er auch eine Minute Planke machen. Ansonsten sind so 30 Sekunden dann wieder. Wichtig ist, dass ihr dann hochkommt und direkt sofort wieder eure Kniebeugen durchzieht. Wie ihr die gleiche Anzahl wie im ersten Satz. Und schön ordentlich so auch. Nicht nachlassen nach hinten. Okay? Und davon macht ihr so 5 Durchgehen. Könnt ihr auch bis zu 10 machen, aber 5 sollt ihr euch vornehmen. Ok? Uff, frei bis gleich!